Das war der Online-Kurs zur Öffentlichkeitsarbeit. Super, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich hoffe, dass ihr im Kurs einiges mitnehmen konntet, was ihr gebrauchen könnt für euer Engagement. Bei Öffentlichkeitsarbeit gilt leider, es gibt super viele Möglichkeiten und es gibt nicht den einen richtigen, passenden Weg. Also sucht euch was raus, pickt euch die Sachen raus, die euch ansprechen und bei denen ihr denkt, dass sie zu euch, euren Zielen und euren Zielgruppen passen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg.